Sag mal, warum kämpfst du? Du hast nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wieso hast du es dann so eilig zu sterben? Wenn du etwas besitzt, das dich befähigt, zur Nummer 1 der Helden zu werden, irgendetwas, dann muss ich erst recht gegen dich gewinnen. Mir ist das einerlei. Ich vergesse es sowieso wieder. Was für eine eindrucksvolle Wolkenform. Wie nennt man die nochmal? Tja, dieses Jahr scheint es tatsächlich interessant zu werden. Was glaubt ihr eigentlich, wer mir diesen Schmaus zu verdanken hat?